Guten Tag, mein Name ist Carsten Joach. Wir sind hier im Presshaus der TA in Erfurt in der Maifertstraße. Ich bin Redakteur bei der Thüringer Allgemeinen und seit ungefähr vier Monaten sind wir wie viele andere auch ausgegliedert. Etwa die Hälfte ist im Homeoffice der Redakteure, ein paar Arbeiten in der Zentrale in Bindersleben und ich bin hier in einem Einzelbüro in Erfurten-Mitte. Das Schwierige in dieser Krise ist natürlich Kontakt zu halten und das bleibt auch in den nächsten Wochen die große Herausforderung, auch wenn wir zum Ende des Sommers zu 80 Prozent wieder in die Zentrale gehen können. Aber im Moment können wir nur schwer recherchieren per Telefon oder E-Mails verschicken. Auf Abstand kann man sich vielleicht treffen, aber auch nicht zur Versammlung gehen. Das bleibt schwierig.